und es ist wieder soweit die freitagsschnitzel sind wieder da aber was sind die freitagsschnitzel denn überhaupt nein es sind keine schnitzel sondern schnipsel weil es um die schnipsel geht aus meinem berufsleben mit mehrwerten die ich euch einfach weitergeben möchte ob das das thema networking war ob es das thema wertschätzung war ob es das thema thinking out of the box war und dieses mal ist es das thema empfehlungsmarketing etwas was ich in meiner jungen karriere anfangs meines berufslebens vollkommen unterschätzt habe nicht wahrgenommen habe aber empfehlungsmarketing ist einer der kernpunkte die ihr auch in einem kleinen unternehmen sofort mit eurer kreativität umsetzen könnt also thinking out of the box empfehlungsmarketing und viele andere thema zum kostenlosen download auf meiner webseite michael dommes.de bis bald